Mono de Trimax hier. Hallo. Der nächste Tag auf Bredaventura beginnt. Heute haben wir folgendes Programm. Wir besuchen zuerst zwei Märkte. Ein Handwerkermarkt oder so ein Bauernmarkt und einmal einen afrikanischen Markt und später gehen wir noch an der Küste entlang. Das war jetzt gerade der Bauernmarkt, der Handwerkermarkt. Gleich geht es auf dem Afrikamarkt. War ganz witzig hier zu sehen, man kauft aber nicht so viel. Wir haben jetzt Wurst und Käse gekauft, weil sonst Gegenstände kommen ja nicht in Frage. Aber es ist immer ganz lustig, das Ganze anzuschauen. Wir sind jetzt auf dem Afrikamarkt angekommen, gucken uns jetzt mal ein bisschen um und schauen, ob wir was Schönes finden. Wir sind gerade noch mal kurz auf dem Zimmer. Wir sind wieder zurück. Auf dem Afrikamarkt hat Celia sich noch einen Rucksack gekauft. Wir wollen jetzt aber schnell los. Es ist schon nach eins. Wir haben noch nichts gegessen. Oder ich zumindest noch nicht. Wir wollen lecker Grillhähnchen essen gehen. Dafür müssen wir recht weit am Strand laufen. Ich glaube so zwei Kilometer, wenn ich das richtig erinnere. Da kommt man aber nur bei Apple hin, sonst ist da alles überflutet. Und die Kamera nehme ich auch dahin mit. Wir sind gerade noch im Zimmer. Apropos Zimmer. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Auf dem Vlog, ob ich mal ein Video zusammen mit meinem Hund am Strand machen soll oder ob ihr euch mal eine Roomtour wünscht oder was weiß ich, was euch noch interessiert, was ich mit reinpacken kann. Wir gehen jetzt erstmal los. Ich nehme die Kamera mit. So, wir gehen jetzt los. Wir nehmen hier mal Pistazien mit, weil dort drüber hingehen gibt es wahrscheinlich auch Erdmännchen. Heißen die glaube ich. Und die wollen wir mal füttern. Die sollen ganz zahm sein. Schauen wir mal. Der Sam bleibt hier. Der hat noch ein Schweineohr bekommen. Die liebt er. Ist auch jetzt zu heiß um die Mittagszeit den mit an den Strand zu nehmen. Und der hat das dann hier gut. Die Höhe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir machen jetzt Abendbrot. Wir kamen vom Essen zurück. Waren super fertig. Ich zumindest. Hab erstmal zwei Stunden geschlafen. War ein mega geiler Tag. Die Erdmännchen waren super zutraulich und witzig. Hat total Spaß gemacht, sie zu füttern. Wir waren eben dann noch in so einem Büro, wo man Ausflüge bucht. Da haben wir eine Beach-Tour geplant. Also eine Beach-Buggy-Tour, womit wir rumfahren. Über drei Stunden. Und wir haben jetzt für Mittwoch eine Tour gebucht. Die geht dreieinhalb Stunden. Wird eine gute Sache. Ich bin so ein Ding noch nie gefahren. Wir nehmen auch hier die Kameras mit. Das wird auch ein richtig guter Vlog werden. Und das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.